Die mobilen Goliath Handkanten-Anleimgeräte ermöglichen das schnelle und problemlose Anleimen von Kanten bis 3 mm Dicke und 45 mm Höhe an geschweiften Werkstücken mit Innen- und Außenradien. Das Gerät hat ein Schmelzkleberbecken und der Kleber wird auf die Kante aufgetragen. Deshalb können jegliche nicht vorbeschichtete Kanten verarbeitet werden. Zur sicheren Kantenführung gibt es an dem Gerät drei Niederhalter, die einfach auf die entsprechende Kantenhöhe eingestellt werden können. Mit der großen Auflageplatte wird die Maschine auf dem Werkstück aufgelegt und die Werkstückhöhe eingestellt. Je nach Werkstückform kann das Werkstück auf einem Tisch arretiert oder auf einem Vakuumspanner festgespannt werden. Die Maschine wird gegen das Werkstück gedrückt und die angetriebene Vorschubrolle führt die Maschine elegant um die Konturen des Werkstücks. Umleimer aus Holz, PVC, PP, ABS, Isopal oder selbst Aluminium- und 3D-Kanten können problemlos verarbeitet werden. Der ebenfalls als Zubehör lieferbare Edge-Trimmer ermöglicht ein exaktes Bündigschneiden der überstehenden Kanten. PVC oder ähnliche Kanten werden mit dem Kantenkapper an rechtwinkeligen Werkstücken sauber und exakt abgeschnitten. Großer Späneanfall wird durch diesen Arbeitsgang vermieden. Mit der Ziehklinge wird der Kante das erforderliche Finish gegeben. Das ca. 8 kg leichte Gerät lässt sich einfach auch an großen Werkstücken einsetzen. Es ist in der Regel immer leichter und handlicher und vor allen Dingen platzsparender als stationäre Geräte. Einfach und problemlos können mit dem Goliath Außen- und Innenradien beleimt werden. PVC-Kanten können an nicht rechtwinkeligen Ecken mit Kantenschneider exakt abgelenkt werden. Mit einer guten Kantenfräse kann der Umleimer ebenfalls sauber fertig bearbeitet werden. Sogar runde Werkstücke können sicher und formschlüssig beleimt werden. Man benötigt lediglich einen Vakuumspanner, der z.B. beidseitig saugend auf einer Werkbank arretiert werden kann. Bei größeren Werkstücken empfiehlt sich ein Sauger, der auf dem Fußboden befestigt ist, damit man frei um das Werkstück herumgehen kann. Mit dem Endtrimmer wird die Kante genau auf die erforderliche Länge abgeschnitten. Mit einem Heißluftgebläse wird der Schmelzkleber nochmals aktiviert. Mit etwas Übung können auch Ecken ausgeleimt werden. Goliath schiebt die Kante einfach in die Eckposition und schon ist die Kante an entsprechender Stelle. Natürlich ist es auch kein Problem, gerade und rechtwinklige Werkstücke zu beleimen. Wegen der mobilen Einsatzmöglichkeiten beträgt die Betriebsspannung des Gerätes 235 Volt. Natürlich sind andere Spannungen lieferbar. Wenn Werkstücke klein oder schmal sind, kann man diese mit der im Lieferumfang enthaltenen Grundplatte für eine stationäre Einrichtung bearbeiten. Durch Andrücken des Werkstücks wird die an der Vorschubwalze vorbeilaufende Kante am Werkstück festgeleimt. Goliath – das mobile Kantenanleimgerät für gerade und geschweifte Kanten. Darf nirgends fehlen, wo Kanten angeleimt werden. Mit Schmelzkleber Direktauftrag bis 3 mm Kantendicke und 45 mm Kantenhöhe. Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Samstag International AG Kelkheim.